Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich möchte Sie ganz herzlich einladen, wieder am Bürgerhaushalt der Stadt Trier teilzunehmen, Anregungen und Projekte für die nächsten beiden Jahre der Trierer Stadtpolitik einzureichen. Sie können unter www.trier-mitgestalten.de Vorschläge machen. Sie können Vorschläge anderer kommentieren oder auch bewerten. Die besten 30 werden dann entsprechend im Stadtrat beraten. Sie können auch zu den Stadtteilprojekten Stellung nehmen. Also eine Möglichkeit, Bürgerbeteiligung zu praktizieren bis zum 8. Oktober. Ich hoffe, ich wünsche, dass Sie mitmachen und danke Ihnen ganz herzlich dafür. Machen Sie mit!